Hey Freunde, wenn ihr auf der Suche nach günstigen FIFA-Coins und fetten Rabatten seid, dann checkt doch meinen Partner IGVault in der Videobeschreibung an. Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und willkommen zur nächsten Folge vom Karrieremodus. Es ist ja schon fast das Saisonfinale. Ihr habt gewählt, dass wir heute gegen Schalke spielen und in der nächsten Woche würde ich sagen, also nicht in der nächsten Woche, sondern beim nächsten Mal am Freitag spielen wir beide Spiele. Erstmal das Pokalfinale, Freunde, und das spielen wir gegen Schalke auch noch. Also es wird jetzt schon mal hier der Härtetest vor dem Finale und wir spielen dann gegen Wolfsburg, Freunde. Lasst uns nicht lang labern, lasst uns direkt loslegen. Wir wollen natürlich vor den, ja, vor den wichtigen Spielen, die wir vor uns haben, denn, ihr habt es gesehen, wir können in die Champions League kommen. Wir sind momentan mit dem HSV auf dem dritten Platz. Also es kann noch einiges passieren. Wir wollen natürlich das Beste rausholen und ich würde sagen, lasst uns erstmal mit dem Training starten, Freunde. So, natürlich wie immer hier Bobby Wood, der immer mehr hier zu unserer, ja, sag ich mal, Geheimwaffe wird. Auch wenn der in der Chancenverwertung, Freunde, nicht gerade der Beste ist. Ihr wisst das teilweise, ihr habt die Videos gesehen, was der Junge versiebt, das geht auf keine Kuhhaut. So, dann Timo Werner natürlich auch. Der Junge braucht mal ein bisschen hier Schuss. Hat er wirklich gut. Fernschütze. Und ihr seht das schon, Entwicklungspotenzial ist natürlich hier sehr, sehr hoch. Und der nächste im Bunde, der hat ja das letzte Mal endlich ein Tor gemacht. Usmane Dembele, den wir frisch aus Dortmund geholt haben, das erste Tor letzte Woche für den HSV, Freunde. So, Torvorlage, ihr habt das schon gesehen. Ging auch gut ab. Dann auch gut haben wir Felix Passlack. So, wird mal Zeit, dass er langsam zum 70er wird. So, Abwehrverhalten, Verteidigungsgrundlagen. Oh, aber hier sehen wir schon, dass es da nach oben geht, Freunde. Deswegen nehmen wir das doch mal. Dann, würde ich sagen, nehmen wir noch Nico Elwedi, der auch gutes Potenzial hat. Spielt ja auch momentan bei Gladbach. Ist ein wirklich guter, aber bei uns ist auf jeden Fall noch mehr Entwicklungspotenzial. Wir simulieren das Ganze und hoffen natürlich, dass wir gute Ergebnisse erzählen. Und ihr seht es schon, alle haben wirklich gute Ergebnisse erzählt. Außer Timo Werner Fernschüsse. Ich verstehe das gar nicht. Die Junge hat es nämlich richtig drauf. Egal, kein Problem. Es geht weiter voran. Und wir simulieren jetzt langsam. So, und ich glaube, wir haben jetzt das erste Spiel vor uns gegen die Mainzer. Was wir simulieren wollen und was ihr natürlich entschieden habt, dass wir es simulieren sollen. Und hier sage ich auch gleich mal, eigentlich, wie sieht die Mannschaft aus? Genau, wir hatten ja letzte Woche auch sehr, sehr viele geschont. Schaut euch das mal an. Wir hatten eigentlich mit einer vermeintlichen B-Elf gespielt, weil ich ja gesagt habe, wir müssen einige Spieler auf jeden Fall schonen, damit wir halt für das Saisonfinale richtig gut gewappnet sind. Jetzt suche ich gerade unseren Philipp Kostic. Und ja, Adler habe ich so ein bisschen abgesickt, muss ich sagen. Martenia wirklich exzellent gehalten in den letzten Spielen. Ja, der hat für mich jetzt einfach mal die Nase vor Adler, weil der Adler mit zwei Patzern, also da habe ich wirklich gedacht, dass der Junge auf sich selber gewettet hat. Das war ja phänomenal scheiße, was er da gebracht hat. Wir speichern das Ganze jetzt und dann geht es ab gegen Mainz 05. Okay, Freunde, könnt ihr jetzt zu Hause vor dem Bildschirm natürlich selber die Daumen drücken. Wir wollen die drei Punkte und müssen auch die drei Punkte mitnehmen. Balogu nach vier Minuten direkt die gelbe Karte. Schon 20 Minuten gespielt und Bussmann trifft für Mainz, Freunde. Das ist nicht gut. Gut, ich habe doch extra jetzt hier unsere Helden aufgestellt. Motu und die machen das 2-0. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Freunde, wir verlieren. Das sieht so aus, als würden wir verlieren. Komm, macht doch nochmal hier zwei Treffer, Freunde. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Fuck, Freunde. Wir verlieren 0-2 gegen die Mainzer. Und was macht das auf der Tabelle? Nichts. Oh, wir haben so viel Glück in der letzten Zeit. Wir bleiben mit 54 Punkten Platz 3. Dahinter aber direkt die Bremer. Und die Schalker können an uns vorbeiziehen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht verlieren, Freunde. Deswegen machen wir hier direkt mal ein schönes Pressekonferenzchen. Wo wir auch direkt sagen, Freunde, an uns ist kein Vorbeikommen hier. Wir loben natürlich unsere Mannschaft. Da gibt es gar nichts. Energie ist Schlüssel zum Erfolg, mein Schmitz. Schmitz bin natürlich ich. Hat in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Schalke 04 die Energie und Begeisterung seiner Spieler als entscheidenden Faktoren ausgemacht. Darum geht es bei uns. Energie und Enthusiasmus, erklärt er kürzlich. Freunde, und genauso soll es auch in dem Spiel laufen. Wir spielen jetzt das große Spiel. Und ich sag mal, die Vorbereitung für das große Finale im deutschen Pokal gegen Schalke 04. Es kann losgehen. Wolf Fuss und Frank Buschmann begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen den HSV. Wenn die anderen Teams mitspielen, dann könnten sie heute den Einzug in den Champions Cup klar machen. Und das wäre natürlich ein toller Erfolg. Wir werden sehen, wie es heute läuft. Wir spielen heute natürlich auf Schalke in der Felddienstarena. Es geht los, erste Halbzeit. Und ihr wisst ja, in der letzten Zeit haben wir extrem viele Tore geschossen. Jetzt wieder über Halilovic, Filip Kostic. Und jetzt mal hier der Doppelpass. Der ist aber zu steil. Da wäre es schon fast gewesen. Die erste Chance für den HSV. Sanchez geht da her. Und das war ganz lustig. Im letzten Video habe ich so oft Sanchez mit Santos verwechselt. Kommen wir hier nochmal dran. 1-0 für Schalke. Innerhalb von vier Minuten. Das ist doch erbärmlich. Was habe ich die Abwehr denn da hinten gemacht? Oh fuck. Der Geist, ey. Schaut euch das nochmal an. Hier in der Wiederholung. Ach, das ist stümperhaft. Das ist stümperhaft. Der Pass lag. Und wir liegen direkt mal zurück. Weil können wir abfangen. Kostic hat ihn jetzt. Halilovic läuft sich frei. Halilovic aus der zweiten Reihe. Abgefälscht. Und es gibt Ecke. Boah, hat der Ball sich da nochmal gesenkt. So. Bringen wir natürlich hier vorne auf Bobby Wood. Und der Fährmann, den hält er mit seinen Bärenpranken. Ich will mir nicht selber Druck machen. Aber wir müssen definitiv gewinnen. Ähm. Ja. Weil die Schalker sonst an uns vorbeiziehen. Und dann war es das mit der Champions League vorne. Und dann war es das wirklich. Denn ich glaube. Ja, dann bleibt uns nur noch die Euroleague. So, jetzt aber Halilovic. Finesse Schuss. Halilovic und der Fährmann. Der hält den hier. Was für eine sensationelle Parade der Junge da hinlegt. Mann, schade. Lässt Naldo aussteigen. So, Sanchez jetzt. Kann er sich durchsetzen. Renato Sanchez. Aber wieder ist Fährmann da. Den hat er wirklich easy gehalten. Aber immer wieder die Schalker spielen. Genau das, was wir eigentlich super gut gemacht haben in dieser Saison. Viel auf Konter gespielt. Jetzt aber mal schöner Ball auf Bobby Wood. Eins gegen eins. Gegen Fährmann. Bobby Wood. Da ist das Tor. Eins zu eins, Freunde. Auf Schalke. Nach 33 Minuten. Ich sag mal, nach 34 Minuten ist Bobby Wood da. Und ich hab's ja eben noch angesprochen. Seine Abschlüsse oder seine Chancenwerten sind katastrophal. Aber hier in der Situation, eiskalt mit dem Außenriss, lässt der Fährmann einfach keine Chance hier. Richtig geil. Und es steht 1-1. Und wieder sind wir im Rennen auf die internationalen Plätze, Freunde. Es ist so eng da oben. Es ist wirklich so eng um Platz 3. Deswegen zählt nichts anderes als ein Sieg heute. Spielt da wie ein Kreiszieger-Fußballer, Freunde. Da gehen die einfach mal durch, Martina. Boah, ey. Da wirst du wahnsinnig. So. Gleich ist Halbzeit. Vor der Halbzeit auf jeden Fall keinen mehr bekommen. Boah, was war das denn? Ich dachte, der geht rein. So ein Aufpraller. Guck hier, Alter. Kurz tief durchatmen. Und vielleicht machen wir jetzt hier noch ein Ding. Und da hat den keiner auf dem Schirm, den Kostic. Schöne Drehung. Aber in der allerletzten Sekunde kommt da jemand mit der Gretchen dran. Ich hatte diese Saison auch noch keinen Elfmeter eigentlich. Glaube ich zumindest. So, es ist Halbzeit, Freunde. Und man muss sagen, es ist verdient. 1-1. Wir sehen uns gleich in der zweiten. Und jetzt geht es einmal ab in die andere Richtung. Nochmal ein schönes Kurzpassspiel. Nochmal gespielt. Ich gehe einfach mal durch, Kostic. Und dann klägt dich gescheitert wieder an Ralf Fährmann. So. Die darauf folgende Ecke. Kostic nochmal aus dem Hinterhalt. Kostic. Was war das denn für ein Ei? Wieder am Tor vorbei. Kulat. Schaut es euch mal an. Den kriegt er mit dem dicken C. Und alle werfen sich dahin. Aber der Ball kullert ins Haus, Mann. Jetzt Timo Werner. Timo Werner. Setz dich durch, Junge. Jawohl. Er kann die Pille nochmal bekommen. Legt ab. Wieder Timo Werner. Schöner Doppelpass. Jetzt mach ihn rein. Wo hat er den denn hingeschossen, Freunde? Das war ja, man sagt ja immer, Richtung Eckfahne. Aber das war exakt die Eckfahne. Und jetzt wieder die Schalker. Boah, Martenia ist da. Boah, ich werde ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich will nicht verlieren. Also ein 1-1 geht noch vollkommen in Ordnung. Boah, was war das? Der geht ja an der Schnur gezogen. Geht er da durch. Flanke auf den Zweiten. Ich dachte erst, da ist keiner. Schön abgelegt, aber passiert nix. So, wir müssen offensiver gehen. Ich will hier die drei Punkte und nichts anderes. Wir müssen auswechseln. Wir brauchen auf der rechten Seite jetzt nochmal einen richtig spritzigen Mann mit Nikolaj Müller. Ich glaube, der macht das. So, vorne drin nochmal Aaron Hunt. Also als Zehner, Freunde. Es darf nicht beim 1-1 bleiben, ne? Ey, Freunde, ich kriege hier einen Kollaps. Ich kriege hier wirklich einen Kollaps. Wenn es beim 1-1 bleibt. Oh, 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 oh. Nicht schießen lassen. Boah, und raus damit. Oh, Alter. Das wäre es jetzt gewesen. So, noch einmal einen schönen Konter fahren. Aaron Hunt. Ist der Junge frisch? Kann er noch was machen? Die Schalker sind so weit wieder nach hinten gerückt, dass da nicht mehr viel passieren kann. Jetzt Sanchez. Kriegt er den Ball noch? Nein, den kriegt er nicht, Freunde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir können froh sein, dass er jetzt hier beim 1-1 geblieben ist. Nach der letzten Chance, die die Schalker da hatten. Also es war schon... Oh, nice. Gute Ausgangssage jetzt mal für den Einwurf. Ja. Dankeschön. Für diesen tollen Einwurf, Alter. Mann, wo werfe ich den denn hin, ey? Direkt dem Gegner vor die Füße. Mann, 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 Mann. So, Kopfball-Duell nochmal gewinnen da. Und jetzt vielleicht... Ah, der Schiedsrichter pfeift ab, Freunde. 1-1. Tut mir so leid. Aber mehr war einfach nicht möglich auf Schalke. Und das war die große Generalprobe für das Finale. Oh, wir können wirklich froh sein. Am Ende nochmal, dass sie 1-1 über die Ziellinie gebracht haben. Denn die Schalker... Huiuiui. Diese eine Chance, die Martini da gehalten hat. Wir hätten mal froh sein können, dass da keiner stand. So. Ihr seht es schon. Die Gladbach sind dann uns vorbeigeschoben. Das reicht natürlich für die Champions League Quali. Aber es ist nicht das, was wir wollen. Wir müssen nächste Woche... Das ist das allerletzte Spiel. Gegen VfL Wolfsburg das klar machen, Freunde. Ist natürlich jetzt doof. Wir müssen auf Hilfe der Dortmunder hoffen. Das ist wirklich kacke. Ich kann mal schauen, gegen wen die anderen Mannschaften spielen. Im Spielplan. So. Und hier können wir das einmal nachvollziehen. Die Gladbacher spielen auch noch gegen Darmstadt. Willst du mich verarschen, FIFA? Die spielen Eiska gegen Darmstadt. Und Darmstadt ist abgestiegen, Stand jetzt. Ja, die sind abgestiegen eigentlich schon. Oh, Teufel. Für die geht es eigentlich nur um die goldenen Ananas. Das ist kacke. Freunde. Also ihr könnt diesmal nicht abstimmen. Weil wir nächste Woche... Also das ist das Ende der Saison quasi. Und da mache ich zwei Games. Und ich würde sagen, das war es für mich. Wenn es gefallen hat. Oder wenn ihr traurig seid, hättet ihr trotzdem einen Like-Button. Nächste Woche machen wir es klar. Verspreche ich euch. Nicht nächste... Ich sage immer nächste Woche. Vom Freitag machen wir es klar. Ich verspreche euch. Ich verspreche euch, dass wir es nächste Woche klar machen. Und ich würde sagen, das war es für ein Video. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Lasst einen Like da. Ähm, ja. Und bis zum nächsten Mal. Euer Peterle. Haut rein und tschau.